Warum antwortet die Deutsche Rentenversicherung auf meine Fragen wegen der Grundrente nicht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Mich erreichte eine Mail mit folgendem Inhalt. Ich beziehe seit 2018 eine kleine Altersrente. Meine 35 Jahre Mindestversicherungszeit für die Grundrente habe ich mit den Kindererziehungszeiten und den Berücksichtigungszeiten erfüllt. Ich denke, ich habe einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag, so grob um die 300 Euro mehr Rente monatlich. Da ich geschieden bin, muss ich noch Grundsicherung in Anspruch nehmen. Ich würde mich riesig über die 300 Euro mehr Rente freuen. Ich habe hierzu Fragen. Die Deutsche Rentenversicherung reagiert nicht auf meine Mails und bitten um einen Termin, um mich wegen der Grundrente beraten zu lassen. Warum blockt die DAV meine Beratungsanfragen ab? Also ich glaube nicht, dass die DAV sie ohne zwingenden Grund abblockt oder ihnen die Fragen nicht beantwortet. Die Deutsche Rentenversicherung hat auf ihrer Homepage, auf ihrer Internetseite ganz klar mitgeteilt, dass sie zurzeit keinerlei Beratung zum Thema Grundrente durchführen wird und zwar bis auf Weiteres. Die Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung sind in keinster Weise geschult oder noch nicht geschult im Umgang mit den Fragen zur Grundrente. Es war auch lange Zeit überhaupt nicht klar, ob das Gesetz kommen wird. Es ist ja relativ frisch erst. Also da ist eigentlich nicht viel Zeit und die Deutsche Rentenversicherung muss sich hier auch vorbereiten. Sie muss also letzten Endes auch die Grundrente technisch umsetzen und auch rechtlich umsetzen. Da wird also sehr, sehr viel Papier beschrieben werden. Die Mitarbeiter müssen geschult werden. Und jetzt kommt ja das Neue auch noch dazu. Die Mitarbeiter müssen sich sogar jetzt neuerdings dann bei der Grundrente in steuerlichen Fragen auskennen. Nicht, dass ihr Anliegen nicht wichtig ist, aber die Deutsche Rentenversicherung ist zurzeit schlichtweg aktuell nicht in der Lage, Ihnen hierzu eine Rentenberatung anzubieten. Aber wir, die Rentenberater von Rentenbescheid24.de, können Ihnen sicher eine Rentenberatung anbieten, denn wir beraten seit dem Jahr 2020 zum Thema Grundrente und auch zu den entsprechenden Fragen zur Grundrente. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.